Stargast der Hansa Theater Premiere ist dieses Jahr Schlagersänger Michael Holm. Für ihn ist es der erste Auftritt im Varieté-Theater. Das atmet Historie, das atmet Geschichte, das atmet Unterhaltung und Freude und Lachen und Entertainment pur. Ich bin hier sehr, sehr gerne auf dieser Bühne und bin ganz gespannt, wie das heute Abend wird und freue mich auf das Hamburger Publikum. Und er kann es noch. Mit seinem Hit Mendocino reißt Michael Holm das selbst als dröge verschriene hanseatische Publikum mit. Unglaublich, dieser Mann ist 80 Jahre alt. Ich habe Talent zum Glück. Ich weiß, dass mir das Leben also nicht nur von der Breitseite, sondern auch von der Sonnenseite sehr viel begegnet ist. Und dafür bin ich dankbar und deswegen fühle ich mich richtig wohl und freue mich heute Abend. Auch nach 130 Jahren ist hier im historischen Hansa Theater Varieté noch nichts altbacken. Bei diesen äthiopischen Jongleuren fliegen die Keulen über die Bühne. Bharti wird mit 100 Fäden zum Leben erweckt und rockt los. Der belgische Mentalist Aaron Crowe gewann schon die Weltmeisterschaft der Magie und spaltet mal eben mit einem Laserschwert den Apfel vom Kopf einer Zuschauerin. Wir leben in einer Welt mit so viel Wissen, warum muss man die magischen Momente erklären wollen. Artisten aus aller Welt stehen auf der Bühne. Die Hula-Hoop-Künstlerin Alexandra Malta entstammt einer berühmten belgischen Zirkusfamilie. Und der Russe Mikael Shashin und der Ukrainer Dimitru Taratoutenko haben eine besondere Verbindung. Ihre Partnerakrobatik fantastisch. Varieté ist was, hat ganz viel mit Völkerverbindungen, Völkerverständigen zu tun. Und die Artisten kommen aus Belgien, aus Kanada, aus Frankreich, aus Äthiopien und zwei aus der Ukraine. Und dann noch die Nummer mit dem Ukrainer und dem Russen, die sich gegenseitig in die Luft wirbeln irgendwie. Und dann zusammen diese Nummer zu Ende spielen und immer noch Freunde sind. Das macht Hoffnung. Noch bis Ende Februar zeigen diese Künstler und Künstlerinnen im Hansa-Theater Varieté ihr Können.